Guten Abend, freut mich, dass ihr alle so zahlreich da seid. Ich will gar nicht viel Vorrede machen. Wir haben heute aus Edelburg, Scotland, wieder einen weiteren Hochkarrier, den Blueshocker hier. Das passt gut im Anschluss an die Danny Bryant Show von vor 14 Tagen. Hat früher bei Wichbon Esche die Seiten gegräben und bei Brunwick. Steht alles in der Zeitung, nur nicht auf der Homepage der städtischen Textab-App stand bisher. Aber dafür werden wir noch sorgen demnächst. Und im Anschluss haben wir heute noch ein zweites Highlight. Das ist eine Wissbender Band, Red Shoe heißen die. War ein Zufall, wie sie heute Abend hier ins Programm reingerutscht sind. Auf jeden Fall eine sehr gute Rhythmia Blues Band mit der Solröhre Ude und Balusa Cat an der Gitarre. Die Eltern von uns, die kennen ihn vielleicht noch von Xole und Xole Caravan. Das war eine Band in den 70ern. Okay, clap your hands and give a warm welcome to Winnie Logan and his beautiful band. Good night. Good night. cosa päda? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.